Willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Sky Family So knapp Start in 3, 2, 1, let's go Achso, ich bin ja alleine, muss ich ja nicht runterziehen Bald ist Weihnachten Und ich habe meine Weihnachtsaufgabe noch nicht erfüllt Ich habe ja auch gesagt, dass ich da jetzt nicht ganz so hinterher sein werde Mir geht es ja darum, dass die anderen halt Aufgaben haben Ich mache ja eh ein Weihnachtsspezial Eigentlich Ich glaube es ist noch keine Rückmeldung dazu Aber egal, hey Ich wollte die Schafe füttern für den Pox, genau Ich wollte für den Pox die Schafe füttern, dass er dann mal Wieso sind da Möhren? Kartoffeln Wie war das, der Villager? Weg, ja, ja Wie dann die Räuber? Der Villager ist noch da gewesen, wie gesagt Pox, hast du ja auch gesehen in meiner letzten Folge Dass ich den Villager mal wieder eingesperrt habe Ernsthaft, du hast gedacht, dass du da den Villager festhalten könntest? Punkt, Ende, aus, hallo? Das hier ist ein Feld Kein Grabstätte Und das wächst schon wieder wie Unkraut das Zeug hier Komm raus da So, wunderbar Das haben wir mal gemacht So, Pox, jetzt kümmere ich mich um deine Schäfchen Hilfe, ich werde von Schafen angegriffen Wow Wo ist das Schaf? Wo ist das Schaf? Wo ist das nächste Schaf? Ja, so ist es lieb So, jetzt bin ich leer Die Schafe lassen mich raus Ah Puh Ich glaube, die brauchen mal mehr Auslauf Mache ich jetzt einfach mal für die ein bisschen mehr Auslauf So Ja, nee, ist klar Oh, Schafe, lass mich hier weg Danke Die Schafe stehen auf mich Mal gesagt Ähm Ich brauche auch noch hier Andere Sachen Oh, die ersten Schafe rennen schon rüber Ja Ah, nicht schlecht Ach, du Scheiße Ähm Zum Glück mache ich das jetzt gerade so einzeln Schubser, Schafe, nicht da runter Alter, ihr Schafe seid echt suizidgefährdet, oder? Weg da, kleine Schäfchen, komm Du musst da nicht runterfallen Eieiei, das wird echt ne Heikle Angelegenheit Warte, ich mach das mal anders So ist es mir lieber Oh Okay, da ist zu Boah So Pox Ich bin mehr Platz für die Schafe Ich könnte jetzt hier noch bis zum Korti hingehen, aber Nee, das reicht dann Platz Mehr braucht ihr nicht Ähm Ernsthaft, es wird schon wieder Nacht Ach, die Nacht geht so schnell Oder kommt so schnell Das ist echt nicht mehr normal, oder? Puh Fünf, sechs, sieben, acht, neun Machen wir das gerade Wunderbar Zehn, elf, zwölf So Alles gerade Pilz sammeln Pilz sammeln Pilz sammeln Da ist ein Huhn Hierauf kann ich nichts platzieren Kann ja in den Seiten mal Lichter platzieren Den Pilz so kann ich nicht essen, aber Ich kann ja jetzt ja dann nochmal Wenn ich mich gleich schlafen lege Hallo Da rein Ähm Eine Pilz Puhle machen Kann ich ja mal zeigen, wie das geht Deswegen nehmen wir noch ein bisschen Holz Und dann geht das Eins, zwei Zwei So, haben wir vier Schüsseln Und ich glaube, dann war das von Jeder Pilz Sorte einen Oh, die nehmen ja Platz weg Das ist ja doof Genau, Fox, und so ist es bei dir passiert Problem ist, dass ich keinen Platz habe Damit hätten wir jetzt beinahe alle Pilze wieder verloren Äh Jetzt rüber Wieder raus Ähm Na gut, die füllt jetzt weniger auf als ein Kuchen Füllt mir gerade mal auf, ne? Die füllt dir jetzt drei Drei Stück auf, ne? Sollen das für ein paar Schälchen? Ernsthaft? Ein paar Schälchen? Ach, für diesen ganzen Aufwand? Egal Schlafen gehen Ganz wichtig Schlafen gehen So Oh, scharf ihr nervt Wasser als Dönerspieß Bringt die nichts Kann das sein? So Äh Genau, ich brauche doch Holz Weil irgendjemand hat das ganze Holz hier Ich stelle mir jetzt gerade die Frage Ob ich das wirklich in den paar Minuten schaffe Das jetzt hier komplett abzubauen Ja Ja Ernsthaft Jo, gehst du denn, du Baum? Alter Er ist diesmal richtig verwurzelt Hier kann das sein Gucken mal Ne, da ist jetzt nichts weiter Da ist noch was Da ist auch noch was Hier ein bisschen wegmachen Netz legen Okay, da weiß ich, der ist auch weg Okay, wir stehen genau mittig Okay, das ist auch safe Das ist nichts weiter Gut dedicated Also Er löst sich langsam auf, der Baum So Das haben wir auch Ich muss mir irgendwie noch was für die Kühe einfallen lassen Die will ich irgendwie nochmal umsiedeln Die sind da, glaube ich, nicht ganz so glücklich So Dann war auch mal hier weg Weil ich mich immer noch frage, wie das Strainchen eigentlich bei Daxos im Nether spawnen konnte Egal Oh Der Axe ist kaputt Innerhalb von drei Minuten den Baum abgebaut Ist eine gute Bilanz Das müsste alles gewesen sein, oder? Wir haben sechs Sitzlinge Wow Das ist gut Äh Ne, ich wollte ja die vier als Notfall behalten Jetzt haben wir da schon sechs Doch Oh Danke Wow Nochmal massig Sitzlinge Ich will gar nicht wissen, ob da noch irgendwelche bei dem, äh Grafen drin sind Scheint aber bisher nicht der Fall zu sein Oder ich bemühe die einfach mal rein Hallo, habt ihr ein Sitzling? Hallo 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 Hallöchen Hallöchen Und ich bin schon wieder raus Jetzt lasst mich raus Lasst mich raus Doch Wir haben einiges geschafft Ich weiß nur nicht, was wir mit dem Schwein machen Ich habe noch so eine Frage, die ich mir wirklich stelle Was machen wir mit dem Schwein? Was sich doch für niemanden interessiert So Boah, Kartoffeln haben wir auch wieder massig Würde ich jetzt schön viele Ofenkartoffeln machen Was war, dass der Villager nicht Eier tauscht? Also Eier könnten wir Hätten wir in der Massenproduktion Wir sind die ganze Zeit nur am Laufen Ich möchte mir ja gerne so ein grünes Maragd da irgendwo hinpacken Ja doch, mein Turm wird langsam größer Finde ich schön So 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 Leute Stört euch nicht Lass mich raten, weil hier der Villager raus könnte Und so Wunderbar Ähm Hier rüber Und Da bist du So Du tauscht Kartoffeln, ne? Das Stück Nubbit, nubbit Ich nubbit dich auch gleich Cookie Wo bekomme ich Brot? Grubusse Könnte ich auch nochmal tauschen Kuchen Kaktus Kaffel, Cookie Tini Dich selber Ich hole dir nochmal eben einen Kürbis Damit ich den auch nochmal weg habe Und Ach, die Kürbisse wachsen nicht, weil immer da was Weg ist, aber egal So, warte, warte Kürbis, Kürbis, Kürbis Hattest du da? Nein Ah Genau Hier müssen wir dann irgendwann mal nach oben bauen Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mache Gucken wir mal hier Genau Und das Ganze hier Äh Auf da Hab ich denn Slabs dafür? Warum auch, ne? Wir brauchten schon Slabs Reicht? Sollte reichen Nein Dann das Dahin Ne Umgekehrt Ach, die Zeit ist schon wieder vorbei Ich trete durch Gut Egal Jetzt haben wir hier schon mal den Anfang Können wir damit schon mal ein bisschen Weiter machen beim nächsten Mal Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Tru Haut rein Tschö Tschö Bis zum nächsten Mal.